Ich bin gerade auf meiner Zug-Toilette und ich wollte gerade meine Hände, das ist sowieso hier so ekelhaft, ich könnte hier direkt ins Flo reinkommen, ich musste so drinnen und ich wollte gerade meine Haare, äh, meine Hände füllen und ich drücke auf den Knopf. Ist das normal? Ist das normal? Kann es sein, dass der Zug-Toilette auseinanderbricht? Und ich rühre? Es kommt nicht mal was aus.